Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge Krypto und Mauer. Wir sind leider in derselben Aufnahmesession, was heißt leider, mir macht es besonders viel Spaß an der Stelle. Wir haben schöne Themen für euch vorbereitet. Benji ist immer noch mit Familie und Kind unterwegs. Das haben wir natürlich alle selbstverständlich. Verständnis für Familie geht immer vor. Manu, geht es dir gut und stell uns bitte einmal das Thema der heutigen Folge vor. Mir geht es mir immer gut und ich freue mich extrem auf dieses Thema, weil ich echt, ich habe es dir vorher nicht gesagt. Du hast gesagt, ich soll einfach starten und ich finde dieses Thema echt geil, weil es einfach komplett unsere Medienlandschaft mal richtig aufs Auge zeigt und wie hier versucht wird zu tricksen. Und zwar, jeder hat es wahrscheinlich mitbekommen auf Twitter, teilweise sogar im Fernsehen waren darüber Berichte. Es geht darum, dass die Tagesschau ein bisschen hier die Artikel ein bisschen geschummelt hat. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, letzte Woche oder diese Woche hat Penny eine Aktion gehabt mit, sie wollen die Warenpreise zeigen. Das heißt, Wurst und sowas hat alles 100% teilweise mehr gekostet und sowas. Und da ist die Tagesschau in den Penny-Markt reingegangen und hat Leute interviewt, die man natürlich vorher nicht kannte. Weil es ist ja normal, man geht in den Supermarkt rein und fragt die Leute, hey, ja und was haltet ihr davon? Von, ich glaube, von fünf Leuten haben vier gesagt, sie finden es scheiße. Natürlich, weil es noch teurer wird. Das passt gut zu unserer letzten Folge, die wir hatten, mit, dass alles teurer wird. Und dann gab es eine gewisse, in Anführungszeichen, Kundin, die ganz normal aussah. Und zwar war das die Frau Mertens, das kann man auch, ich kann auch den Artikel da unten verlinken. Eine vermeintliche Kundin im Tagesschau-Beitrag war in Wahrheit eine WDR-Mitarbeiterin. Das heißt, man hat hier keine Kunden, also grundsätzlich, sie kann da einkaufen, kein Problem. Aber man hat hier eine WDR-Mitarbeiterin befragt, was sie denn davon hält, von dem Ganzen. Und sie fand es natürlich perfekt, auch wegen den Klimapreisen. Hier steht sogar, vor der Kamerin freute sich eine Kundin über höhere Klimapreise. Problem nur, bei der gezeigten Frau handelt es sich um eine Mitarbeiterin des WDR. Dem Zuschauer wurde das verschwiegen. Und das ist nicht die einzige Story. Sorry, es gibt noch viel, viel mehr. Es ist jetzt natürlich viral gegangen, natürlich. Aber was teilweise in solchen Beiträgen, und das ist auch der Grund, warum ich mir die Scheiße langsam nicht mehr geben kann. Sorry, wenn ich jetzt mal so wörtlich werde. Aber was ARD und ZDF hier teilweise für Beiträge bringen, ist unter aller Sau. Hast du es mitbekommen oder ist es bei dir komplett vorbeigegangen? Soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Ja. Ich gucke seit Jahren keine Nachrichten mehr, weil ich mir denke, was erzählen die immer für eine Scheiße. Interessiert mich alles nicht, was die da draußen machen. Weil Nachrichten werden massiv für Massenmanipulation genutzt. Das ist das simpelste Mittel. Und glaube mir, da draußen gibt es Menschen, die haben genug Geld, die denen Geld bieten. Und diese Menschen sind genug geldgierig, dass sie das Ganze einfach umsetzen. Von daher, ich gebe mir diesen ganzen Mist zwischen Nachrichten und so weiter nicht. Das Einzige, wofür mich der ein oder andere jetzt wahrscheinlich auch lynchen wird, wenn ich etwas wissen will oder so, dann schnöre ich stellenweise auf Programmer rum. Kennst du das? Nee, kann ich nicht. Okay, ist auch besser so. Alles gut. Nein, da findet man sage und schreibe wirklich alles. Da findest du Live-Bilder aus dem Krieg und so weiter und so fort, wenn du auf den richtigen Seiten rumschläufst. Und wenn du da was wissen willst, fragst du die Leute einfach. So, die schreiben zwar in einem kompletten Assis-Slangs stellenweise, weil das da so der Stil ist. Aber wenn mich was aus dem Akkraine-Krieg interessiert zum Beispiel, suche ich da. Nicht woanders. Nicht in öffentlichen Medien oder so. Ich suche, wenn dann im Internet und suche mir vertrauenswürdige Quellen draus, die nicht irgendwie Nachrichten gebunden oder so sind. Russische Nachrichten ins Deutsche werden stellenweise zum Beispiel falsch übersetzt. Was jetzt kein Vorwurf sein soll an der Stelle. Fehler können zum einen immer mal passieren. Zum anderen möchte ich denen jetzt nichts unterstellen. Das ist nur ein symbolisches Beispiel gewesen. Ich, für mich, gucke keine Nachrichten. Mir ist das alles scheißegal. Ich weiß nicht mal, wann Zinsentscheidungen sind. Ich weiß nicht mal, wann Inflationszahlen rauskommen. Ich weiß nicht mal, wann Earnings-Daten sind am Finanzmarkt und so. Juckt mich alles nicht. Also wirklich komplett null an der Stelle. Aber ich finde, das ist wieder mal eine absolute Sauerei, was die da dann in der Tagesschau abgezogen haben, dass sie da so eine WDR-Mitarbeiterin interviewt haben. Dann stelle ich mir die Frage, wie blöd sind die eigentlich? Also zum einen, dass sie das mit einer WDR-Mitarbeiterin machen, so als ob keiner auf den Richter kommen würde, das zu checken. Diese Lügen fliegen doch auf. Wenn gehst du doch hin und bezahlst einen anderen Kunden dafür, oder? Packst du das raus und jemanden auf den Parkplatz? Haben Sie Bock, sich zweieinhalb tausend Euro zu verdienen? Ja, erzählen Sie mal das und das. Weißt du, das ist doch wesentlich sinnvoller. Dann sagst du, okay, nachdem das ausgestrahlt wurde, sechs Monate später, zahlen wir ihnen nochmal zweieinhalb tausend Euro. Also wenn die so einen Mist verzapfen, dann doch bitte richtig und nicht auf dem Niveau von Kleinkindern. Das Lustige ist ja, ich lese mir gerade noch den Artikel durch. Der Sender entschuldigte sich am Dienstag öffentlich schnittbesagtes Interview aus dem Beitrag. Allerdings, die Wut auf den öffentlich-rechtlichen Sender reißt nicht ab. Der Vorwurf im Netz, man habe die Mitarbeiterin interviewt, weil man niemanden gefunden hat, der die Preisaktion befürwortet. Und das Lustige war, sie war wirklich die Einzige in diesem Beitrag, die wirklich, oh ja, ich finde es toll, ich finde es mega toll, dass hier ja alles teuer ist und sowas. Also das ist die größte Lachnummer. Und es ist ja nicht mal der einzige Artikel, den es da gibt. Auch ein Thema, was überhaupt nicht so rausgekommen ist. Auch mehr so Social Media, TikTok, Twitter und sowas dann rauskam. Es gibt, ich weiß auch nicht, ob du den Clip gesehen hast, wahrscheinlich dann nicht. Es gibt ab und zu so Fragerunden, wo der Herr Scholz, also unser Bundeskanzler, unser Olaf hier, gerne halt mal Fragen gestellt bekommt. Und da gab es auch mal eben dieses Video, was wie gesagt nicht so von den Medien so verbreitet wurde, weil man will es ja nicht hören. Es würde ja gewissen Politikern schaden. Und da wurde er wegen Energiekrise und sowas. Und dann lacht der Typ sich schlapp. Man kann es hier mal durchlesen. Viele haben aktuell in unserem Land große Sorgen. Und was macht Bundeskanzler Scholz? Er lacht darüber. Das ist unanständig und zeigt, wie egal Bürgerinnen und Bürgern die Bundesregierung ist. Da hat er sich darüber lustig gemacht. Das bringt das 1 zu 1 auf den Punkt mit dem Bürgergeld. Die Leute bekommen stellenweise alles in den Arsch gebuttert. Und die Menschen, die arbeiten gehen, haben quasi faktisch gesehen nichts davon. Wir gehen unserer Politik am Arsch vorbei. Das ist ein riesen Fakt. Und wenn wir uns das Ganze einmal angucken, mein Vaters Hausbesitzer, jetzt noch ein Vergleich. Wenn der sein Haus an die Stadt vermietet, bekommt er pro Zimmer von der Stadt 500 Euro. Und das auf dem Land für Einzimmermiete. Wird für Flüchtlinge gezahlt. Jetzt bestes Beispiel. Irgendwo unten in der Nähe von Baden-Württemberg hatte ich auch einen Artikel gelesen. Es werden 450 Euro gestellt für eine Wohnung über Bürgergeld. Und jetzt noch mal die Frage. Wie viel ist dir dein eigenes Volk wert da oben in der Politik? Richtig, gar nichts. Die anderen gehen vor uns. Das ist was, das kann nicht sein. Gastfreundschaft, schön und gut. Immer freundlich sein, immer hilfsbereit. Das sind richtige Tugenden. Aber dein eigenes Volk sollte dir am Ende des Tages immer am nächsten stehen. Ja. Entschuldigung für jetzt. Das Lustige zu dem Clip war, ich kann es mal vorlesen, und der Clip ist vom Bürgerdialog in Gifhorn. Hier stellen ihm Bürgerinnen und Bürger Fragen. Da gehen wir auch gleich noch mal näher drauf ein. Was sind das auch teilweise für Bürger? Sind die hier gefragt werden? Auf die von Olaf Scholz antwortet. Er erzählt von einer Person, die ihm berichtet hat, dass sie von einem Elektro auf einen Gasofen gewechselt ist. Während Scholz das erzählt, lacht er und sagt anschließend, da wusste ich gar nicht, wie traurig ich gucken soll. Aber mit was für einem Grinsen. Und das in so einer Situation, während viele Leute sich Gedanken machen oder gucken müssen, wie sie über die Runden kommen, lacht dieser Bundeskanzler ins Gesicht der Medien und sagt, da wusste er ja gar nicht, wie traurig ich gucken soll. Ja, natürlich, er hat keine Probleme. Aber sowas wird dann wiederum nicht in den Medien gezeigt, weil es ja Schaden ist. Aber dafür eine WDR-Mitarbeiterin, und das ist noch nicht mal das Größte, weil es gab vor kurzem, gab es auch noch mal so eine Runde, ich glaube, das hieß, Deutschland fragt den Bundeskanzler oder so, wurde auch auf ARD oder ZDF ausgestrahlt. Und da konnten Bürger ihre Fragen einreichen. So, und jetzt eine Frage an dich, was für Bürger waren es denn, die da ihre Fragen eingereicht haben? Kannst du mir das grob mal, schätze doch einmal, was das für Bürger waren. Ich habe die Befürchtung, das ist eine Fanfrage, und es waren andere Politiker, die die Fragen eingereicht haben. Wenn du das schon so fragst. Oder Leute aus der reichen Schicht, die da Fragen eingereicht haben. Und die ganzen Fragen aus der Unterschicht, die wurden alle ignoriert. Warum? Weil sie zu unangenehm sind zu beantworten. Kann man ja in den Medien nicht zeigen. Du hast schon recht, und zwar waren es Politiker. Es waren nicht diese normalen Bürger, die hier eingeladen wurden. Also so Bürger wie du, ich oder hier der Nachbar. Nein, es waren, was im Nachhinein dann erst wiederum durch TikTok, Twitter und sowas rausgekommen ist, es waren Politiker aus Parteien, teilweise von den Grünen und sowas, die dann natürlich auch in dem Sinne auch Fragen gestellt haben. Aber normale Fragen aus der Mitte, also aus der Mitte der Gesellschaft, die im Endeffekt das Land auffängt, wurden hier gar nicht gestellt. Und dafür zahlen wir GEZ-Gebühren. Oder Rundfunkbeitrag, wie man es ja so schön in Deutschland, weil die GEZ gibt es ja gar nicht, diese Zwangsabgabe. Und das finde ich richtig eine bodenlose Frechheit, was hier, ich sage jetzt einfach mal Staatsfernsehen, weil es einfach Staatsfernsehen ist. Wir sind gezwungen dafür, 18,65 Euro pro Haushalt pro Monat hinzubelechen. Und dann wirst du hier auf Biegen und Brechen verarschen. Und immer nur Politik in eine Richtung. Und das geht mir richtig gegen den Strich. Und wo ich das jetzt, wo das jetzt durch die Medien gegangen ist, eben mit diesem WDR-Artikel, es ist eine bodenlose Frechheit, dass so etwas überhaupt ausgestrahlt wird und überhaupt nicht so, ja, dafür irgendwie zur Rechenschaft gezogen wird. An der Stelle jetzt mal, was ich wesentlich trauriger finde, ist, dass ich nichts davon mitbekomme, was ich schon mal auf der einen Seite für mich für ziemlich positiv halte, weil mir das wirklich halt am Poppes vorbeigeht, was die da oben alles verzapfen. So, die Hälfte der Leute hat nicht mehr einen Abschluss. So, was soll ich damit so? Ich meine, das sagt nichts über deren Kompetenz in gewissen Bereichen aus, aber haben die Expertise dafür. Nein. Aber was das Traurige an der Stelle jetzt an der Sache ist, dass ich dir das instant so glaube, wie du es erzählst, ohne dass ich davon irgendwas mitbekomme oder weiß, dass ich so wenig Vertrauen in unseren Staat habe, der eigentlich dafür sorgen sollte, dass es den Bürgern gut geht, der sich um die Bürger kümmern sollte und gucken sollte, dass dieses gesamte Uhrwerk Rädchen in Rädchen eigentlich ordnungsgemäß glaubt. Und dass ich, sage ich mal, einer wildfremden Person jetzt in Anführungszeichen, wir sind uns nicht komplett fremd, aber die ich noch nie im Leben gesehen habe, der ich noch nie die Hand gegeben habe in Real Life, klar, wir kommunizieren über Internet übereinander, dass ich da diese Aufsage, dieses Vertrauen reinlege, das einfach zu glauben. Es stimmt ja, du kannst es ja theoretisch nach der Folge, kannst du es dir gerne, ich weiß nicht, ob du es noch findest, vielleicht verlinke ich das auch, wenn ich das irgendwo finde, aber es stimmt halt einfach. Es waren zwar Kommunalpolitiker, aber es waren zwar Kommunalpolitiker, das muss man fairerweise dazu sagen, aber das ändert nichts am Grundsatz, dass ich hier einer gewissen Partei angehöre und nur solche Fragen dann gestellt werden. Es hat nichts mit der Mitte der Gesellschaft zu tun. Und wenn ich sowas ausstrahle, dann bin ich auch der Meinung, wenn wir GEZ-Gebühren dafür zahlen und nicht gerade wenig, wir sprechen hier von 11 Milliarden, wir haben hier ein höheres Budget als teilweise Netflix oder andere, sage ich jetzt mal, Streaming-Anbieter, was hier rausgeschleudert werden für so einen Bullshit, der hier ausgestrahlt wird. Und das Geile ist an diesem Beitrag noch, Bild fragt er auch, ich habe jetzt hier den Bildartikel, ist ja Wurst, es ist völlig egal, Bild fragt er auch, weshalb der Name der Mitarbeiterin im Tagesschau-Beitrag falsch geschrieben wurde. Dazu heißt es vom WDR, der Name wurde im Beitrag versehen sich falsch inseriert. Und wenn ich mir denke, ihr seid schon so blöd, dass ihr nicht mal den Namen richtig, damit es wahrscheinlich doch nicht irgendwelchen Leuten auffällt. Also es ist so eine bodenlose Frechheit und sowas Blödes, da kannst du meiner Meinung nach und ich halte sowieso nichts von diesen zwei Sendern. Ich halte generell vom Fernsehen sowieso nichts mehr, weil du die Scheiße da drin teilweise eh nicht mehr glauben kannst und es nur noch straight in eine Richtung geht. Du hast es zu glauben, du hast Klimaschutz, was weiß ich was zu machen. Du wirst teilweise gezwungen, einfach der Meinung zu sein, weil sobald du irgendeine andere Meinung bist, ich will jetzt hier nicht ausholen, bist du einfach, was weiß ich, ich hatte es vorhin mit einer Freundin, du bist entweder Rassist, du bist sonst was oder sonst was, du darfst deine Meinung hier nicht mehr sagen. Und dann, finde ich, muss sowas auch klargestellt werden beziehungsweise darf auch meiner Meinung nach so eine Scheiße hier nicht passieren. Es ist einfach unglaublich und ich glaube, da gibt es hunderttausend Sachen, dass das nicht das erste Mal ist. Man wird hier immer versucht, durch ARD und ZDF immer so eine Scheiße hier irgendwie zu publizieren, die Massen dazu zu bewegen, genauso hier die Meinung einzutrichtern, nur weil es die eine sagt, weißt du, wenn alle in dem, du hättest wahrscheinlich den ganzen Tag die Leute in diesem Penny interviewen können. Keiner hätte gesagt, geil, ich finde es geil, alles hundertprozent teuer. Natürlich, ich bin eh schon an der Armutsgrenze und dann möchte ich noch, dass alles hundertprozent teurer ist. Natürlich sind es die wahren Preise, so fair müssen wir sein. Aber dann das so hinzustellen, ja, die eine und die hat noch einen relativ langen Beitrag bekommen, ja, sie findet es gut und sowas. Das finde ich so eine Manipulation an den deutschen Bürgern und wir zahlen für die Scheiße. Und das ist, finde ich, ich hätte denen das richtig gegönnt, dass in diesem Beitrag, in diesem Penny-Beitrag, dass sie so eine richtige, taffe ältere Omi interviewt hätte. Am besten mit einem G-Stock, die hätte den links und rechts eins übergezogen damit. Es waren ja auch ältere Leute und die haben ja ganz kurz dann gesagt, nee, sie finden es nicht gut und dann war es das. Und bei ihr, ja, sie findet es gut wegen dem Klima und sowas, da siehst du doch, wie du in eine Richtung gelenkt wirst. Jetzt mal abgesehen Klimawandel und so, wer es glaubt, wer es nicht glaubt, das ist mir gerade völlig egal, aber sowas dann die Leute in die Richtung und dann zu manipulieren, geht überhaupt nicht für einen Sender, wo wir Beiträge, Zwangsgebühren im Endeffekt zahlen. Finde ich, geht meiner Meinung nach überhaupt nicht und sowas passiert halt tagtäglich, dass uns einfach hier immer nur kurze Ausschnitte gezeigt werden oder es genau so gemacht wird, ja, wie es gewollt ist. Man kann hier viele Beispiele nennen, man kann auch Trump-Artikel oder sowas, mal ganz ehrlich, es gibt, da werden die Sachen teilweise so zusammengeschnitten, dass es halt passt und dann guckt euch mal den ganzen Artikel an, wo dann, also halt die ganze Rede zum Beispiel, wie es da wiederum gesagt wird, aber nein, es werden diese Schnipsel da einfach wieder reingepackt und das ist die Manipulation am Bürger, aber das Problem ist, ich würde sagen, 90% glauben das. 90% machen sich darüber keine Gedanken. Über die Medien lassen die Menschen euch das sehen, was sie euch sehen lassen wollen und nicht, wie es Tatsache ist. Das ist jetzt mal ein bestes Beispiel im Vergleich, ich habe es ja immer mit meinen Vergleichen oder mit meinen Querschnitten dazu, müsst mir das bitte ein bisschen verzeihen. Guck dir einen depressiven Menschen im normalen Leben an, siehst du es ihm an? Ich wette eine Milliarde zu eins nicht. Und abends ist er zu Hause und er bricht zusammen. Du siehst es nicht. Du wirst es niemals sehen und erfahren. Er lässt dich das sehen, was er will, dass du siehst. Guter Vergleich. Genauso ist das mit den Medien und dem Fernsehen. Sie zeigen euch eigentlich nur das, was einerseits sie wollen und was gezeigt auch werden soll. Es gibt auch noch diesen lustigen Vergleich teilweise. Ist zwar jetzt ein bisschen lächerlich, ich will jetzt hier auch keine Klimadebatte oder so anstoßen. Vor 20 Jahren, du kennst doch diese ganz normalen Wetterkarten oder so, die dann in ganz, ganz dunkelrot sind, wenn es mal 30 Grad oder sowas hat. Kennst du bestimmt auch von früher vielleicht mal oder so, Tagesschau und sowas. die seit ein paar Jahren dann plötzlich viel, viel dunkler sind. Wir haben ja plötzlich eine ganz andere Hitze als vor 30 Jahren. Natürlich wird es Wetter wärmer. Darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Das ist alles schön und gut. Aber hier fängt zum Beispiel schon diese kleine Manipulation nur anhand von Farben ab, indem man einfach die Temperaturen deutlich, deutlich röter macht. Und vor 10, 20 Jahren sah das noch ganz anders aus. Da hat man noch ganz andere Wetterkarten genommen. Aber so muss man den Leuten natürlich demonstrieren. Oh, 30 Grad. Ich glaube, wir fangen jetzt hier langsam an zu brennen, weil der menschliche Körper fängt natürlich bei 40 Grad an zu brennen. Das wissen wir ja alle. Also das sind so Sachen, man wird hier von oben bis unten einerseits verarscht und man wird manipuliert. Und das auf dem Nacken der Gesellschaft, die hier Milliarden jährlich zahlen und immer noch mehr zahlen sollten. Es ging ja mal rum, dass angeblich sogar 25 Euro pro Monat für dieses Staatsfernsehen bezahlt werden soll. Wer hat den ins Gehirn gekackt? Was? Wer hat den ins Gehirn gekackt? Ja, und dann war doch letztes Jahr war dann auch diese Affäre mit, ich glaube, mit einem Berliner Rundfunk, war RB oder so, RBR, irgendwie, ich weiß jetzt nicht mal ganz, wie es hieß. RB39, ja. Ja, die sich hier den Parkettboden, was war das, Parkettboden, glaube ich, auf Steuergeldern machen lassen hat. Das muss man sich mal geben. Büro, glaube ich, mega, mega ausgebaut mit schönstem Parkettboden und sowas, Eichenholz, keine Ahnung. Das muss man sich mal geben. Die wurde gefeuert, die Frau, und kriegt scheiße viel Rente einfach. Die kriegt eine Abfindung und alles. Das ist eine bodenlose Frechheit, was hier mit Staatsgeldern passiert. Das ist ja nur ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein. Wir reden hier von 11 Milliarden. Der Staat hat, ich weiß, was du meinst, es ist einfach eine bodenlose Frechheit, was hier mit Steuergeldern teilweise passiert. Und das ist ja wirklich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wir können hier über ein BER, staatlich wurde der gebaut, anstatt das mit irgendeinem privaten Unternehmen zu machen. Es wurde auf Staatsseite gemacht. Dann wird über einen Bau, über einen Anbau vom Bundestag diskutiert, der Milliarden kosten soll, mit einem Helikopterplatz, ein drittes Kanzlerbüro. Hey, wir haben drei Kanzler, wusste ich gar nicht in Deutschland. Vielleicht wird es zukünftig so kommen. Aber sowas, und dann wird der Bundestag immer weiter ausgebaut und sowas. Und dann kriegst du noch einen Staatsfunkt, der dich hier aufs Übelste bescheißt. Indem er hier Interviews fälscht mit Mitarbeitern, Falschinformationen verbreitet. Es ist einfach unglaublich und dann auch noch Fake Leute, in Anführungszeichen Fake Leute, nicht Bürger aus der Mitte, sondern hier wirklich Politiker interviewt, die ihren Senf dazugeben. Die natürlich, wenn du einen Grünen in so eine Fragerunde setzt, findet er es natürlich scheiße, was für den Klimaschutz genommen wird. Aber es spiegelt einfach nicht die Mitte drum, die den ganzen Shit, muss man fairerweise so sagen, auch noch finanzieren muss. Ich meine, es wird auch vom ganzen Nacken von uns ausgetragen. Da muss aber auch ein Sender, der von Bürgern finanziert wird, der eigentlich auch dafür gedacht ist, wirklich hier normal oder wie sagt man da, neutral zu berichten, muss man das auch erwarten können. Und nicht, dass hier Fake-Artikel rauskommen beziehungsweise hier getrickst wird und sonst was. Und ich bin auch der Meinung, wir brauchen keine 100 Staatsfernseher wie WDR, NDR, BR, was weiß ich, was da alles läuft, der größte Bullshit und überall läuft im Endeffekt nur Tatort. Also. Das ist wenigstens das, was man gucken kann. Ja, aber grundsätzlich, du kannst dir, zwei, zwei Dinge an der Stelle einmal. Müssen wir nicht langsam aufpassen, wegen Hetzreden hier in diesem Podcast. Ich meine, wir lassen uns manchmal schon ein bisschen aus, also zumindestens ich, ist jetzt gerade aber so ein wichtiger Punkt für mich. Also es ist ja die Wahrheit, was wir hier sagen. Es ist ja nicht, dass wir hier irgendeine Scheiße erzählen, sondern ihr könnt den ganzen Dreck ja nachlesen. Also ist ja nicht so, dass wir hier hetzen. Es ist unsere Meinung, bin ich, und ich glaube, die Meinung vertreten, würde ich jetzt mal sagen, 60 bis 70 Prozent, dass die so eine Scheiße nicht wollen. Wenn, dann willst du neutralen, neutrale Berichterstattung, faire Berichterstattung und natürlich auch von Leuten, wenn du eine Fragerunde an den Kanzler machst, von Bürgern, von der Mitte, solltest du nicht unbedingt Politiker interviewen, die einer gewissen Partei angehören. Hat nichts mit Neutralität zu tun. Und auch nichts jetzt hier, was wir jetzt mit Hetze oder sonst was betreiben. Es sind einfach Sachen, die auch noch gesellschaftlich, ich meine, ich habe hier einen Bildartikel gelesen, den Artikel gibt es hier überall noch auf jeglichen Seiten. Dann kannst du das auch als Hetze sehen. Aber es ist ja keine Hetze, es ist einfach die Wahrheit und unsere Meinung oder meine Meinung teilweise und deine Meinung dazu natürlich auch, was man davon hält. Und ich finde, und das kann man vielleicht jetzt auch schon ziemlich als Schlusswort sagen, es muss oder sollte einfach fair sein, wenn man hier, ja, Staatspferden sehen beziehungsweise öffentlichen Rundfunk, wie man so schön sagt, finanziert, dass man auch neutrale Berichterstattung oder beziehungsweise richtige Artikel sehen sollte und nicht immer nur so die halbe Wahrheit, wie sie halt so hingediegen wird. Haltet der Schaden von all dem, zieht euer Ding durch und genießt euer Leben. Zerbrecht euch nicht zu viel den Kopf, das macht alles Kopfschmerzen. Genießt euer Leben und wenn, macht euch ein bisschen drüber lustig. Nehmt es nicht zu ernst. Also es ist ganz wichtig, sich auch immer seine eigene Meinung zu bilden und nicht immer nur auf ARD und ZDF. Und wir könnten wahrscheinlich eine Umfrage machen, und ich glaube 90% würden sagen, schafft es einfach ab. Lehn dich mich jetzt weit aus dem Fenster. Also wenn ich das auch immer so höre, ich bin froh, dass ich diesen ganzen Kladderadatsch wirklich 0,0 mitbekomme. Ja, sei froh. Ich lebe immer hinter dem Mond. Ja, es schadet manchmal nicht. Und wenn du dann, wie gesagt, solche Artikel liest oder dass sich hier ein Bundeskanzler auch in der Öffentlichkeit darüber lustig macht, wenn jemand hier über Elektro oder zum Gasherd überwechselt, also Gasofen, dann weiß ich nicht, was man dazu noch sagen soll. Und sowas wird dann wiederum nicht in der Öffentlichkeit gezeigt. Das sind so Sachen, weißt du, sowas geht dann wieder in die Öffentlichkeit, aber solche wichtigen Sachen oder was dann manchen Leuten vielleicht auch mal schaden kann, die gerade an der Macht sind da oben, da wird dann wiederum nicht berichtet. Und da, finde ich, gehört auch entweder, berichte ich nicht nur einseitig in die eine Richtung, sondern ich nehme alles und dafür ist auch der öffentliche Rundfunk gedacht, dass man hier, wie gesagt, neutral und über alle Medien hinweg darüber diskutiert. Ja, und damit würde ich sagen, oder willst du noch irgendwas sagen dazu? Voll ein Flipp. Ja, das kannst du gleich am Schluss sagen. Ja, gerne mal eure Meinung, wie gesagt, unter YouTube oder sonstiges schreiben, was ihr davon haltet. Ja, es ist ein bisschen kontrovers, diese Themen, aber auch für solche Themen wollen wir ja drüber diskutieren. Es gehört dazu einfach, muss man so fairerweise sagen. Aber ja, gerne mal eure Meinung dazu schreiben. Wir hoffen, euch hat die Folge wieder gefallen. Nächste Folge vielleicht noch, wieder nur zu zweit, müssen wir mal gucken und ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören, Like da lassen, teilen, wenn ihr Bock habt, überall, damit das ein bisschen rumgeht, viral geht, würden wir uns riesig drüber freuen und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder und das letzte Wort hast du. Gib mir gerne mal ein kurzes Feedback, ob das okay ist, wenn ich manchmal so eskaliere oder ob ich mich manchmal ein bisschen mehr zurückhalten sollte, würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen. Für mich, ich fülle damit das ganze Thema aus meiner Sicht ja immer mit so ein bisschen Leben für mich selber und an der Stelle würde ich sagen Boink Flip!